auch gott sei dank ich dachte jetzt habe ich den park drin ist gegeben ob ich glaube nicht der waffen abgift station wäre cool gewesen warum hat der gegeben bei sich das herz ich ja schon wieder so verdächtig an elektrohaut zwei wohin denn damit das war ich nicht versuch 192 habe ich noch nicht alles gesehen also kann man auch mal hausen wasser verschwenden jawohl als wenn es hier so riesig ist ob hier nichts ist aber ich habe ja mein leben es ist mir egal ich habe mein leben wieder zurück ist mir alles egal einige deine pläserin stabil geworden du kannst derzeit nicht darüber stimmen welches plasmid ausgerüstet ist ach ja das war das ist okay dann wird sicher keine ich hätte wissen sollen dass du eine größere dosis brauchst du musst dir noch eine weitere dosis verabreichen um die auswirkungen vollständig zu neutralisieren das ist mich raus das ist unfassbar ich bin mir sicher dass ich da nur ein schuss hier ist so viel geld dass ich liegen lassen weil mal habe ich jetzt alles ganz sicher bin ich mir nicht warum ist das eine kleine eindämmung ich hab doch gar nicht das ist einfach das ist einfach nur das klo gewesen reden wir nicht drüber reden wir nicht drüber um und 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 ich bin wieder da ich brauche ein automaten voll 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 weil wo war ich jetzt nach dem ding aber da komme ich auch noch nicht rein aber sonst war ich überall ich habe keine waffenabgabe station müssen erinnere ich mich nicht wo will das spiel dass ich hingehe ein Das ist so ein Kollege. Ah, jetzt müssen wir hier hin. Okay. Auf geht's zum Apollosquare. Wieder Jumper. Und wie groß haben wir es hier? Ach du Schande. Ach du Schande. Ist ja auch schon wieder so riesig. Ich war so wütend, als ich hier angekommen bin. Aber mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Hier sind überall Bewaffnete. Ich habe eine Frau gesehen, die fliehen wollte und über den Zaun geklettert ist. Einer von Rhynes Wachleuten hat nur auf sie gezeigt und sie ist in Flammen aufgegangen. Einfach so. Was geht hier? Vorsicht. Okay. Das ist interessant. Oh, guck da die. Ja. Zeit für was Leckeres, Jungs. Natürlich willst du auf mich. Ich muss... Ich muss... Du willst den Wachleuten? Ich muss jetzt helfen. Dann, äh, crazy. Ja, komm, ja. Ja, komm. Doch. 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 nächster asthma patient litte rosie leuche jetzt noch mal zeit dass das er ausgerüstet wird aber mein freund es reicht nämlich so ist es so ruhe zeit fürs hauerbettchen mister hier rechts AAAAAAAAHHHHH AAAAAAAH Was ist denn hier? In dem Zustand, in dem Thontane sich versetzt hat, ist es zu gefährlich, deine Plasmidee zu modifizieren. Du musst mit ihm zurechtkommen, was du hast. Stell dir vor, die Sowjets finden heraus, dass es unsere wunderbare Stadt gibt. Oder die US-Regierung. Geheimhaltig ist zu sein. Ich habe einen der Schlägertypen am Tor bestochen. Es ist schrecklich hier. Rechts von mir liegt eine tote Frau auf der Straße. Alle gehen einfach an ihr vorbei, als ob sie gar nicht da wäre. Aber ich habe überall diese hingesprühte Parole gesehen. Atlas lebt! Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber irgendetwas sagt mir, dass es den Leuten wichtig ist. Du weißt nicht, was das bedeutet. Vielleicht bedeutet es, dass das erlebt. Kann ich dich abmachen? Nee, sorry, wollte halt nur helfen. Das ist schon ein bisschen hart. Boah, oder? Die Traitor. Aha, die Traitor. Da. Im Theater schenkt man einer Frau mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Was? Leute, Leute, Leute. Leute, Leute, Leute. Alles klar, berühlt dich. Nein. Nein, ich sag gar nichts. weil du wirst jetzt nämlich gleich ganz schön auseinander genommen so machen wir so so ich habe dafür nicht genug ja schade, oder? sehr gut so leider ihre jetzt auch ein bisschen aufgemischt so ist es halt nun mal hier in rapture da bräuchte noch einen bitte zur seite ein bitte zur seite dann aber ich schicke noch mehr so leute wo sind wir denn jetzt sieht mir eher nach dem ärmeren stationen aus so zu sagen oh augenwäsche wenn sonst nichts ist aber ich möchte ja auch nichts übersehen weiß ich nicht was du jetzt davon hast mein ich weiß es nicht ich habe es für dich getan vater danke dir ich gehe erstmal nach hinten du bist ja ein schöner mann nicht so hallo schießt nicht jetzt hacken können ach du scheiße was habt ihr denn hier gemacht und da komme ich rein ich sehe ich jetzt wirklich die ganze mit dem schraubschlüssel rumlaufen weil das das wichtigste weg ist ich bin hier mit der shotgun rumgelaufen habe alle weg gewonnen hätte ich spiele jetzt hier auf schwer oder sowas aber hey doch doch wenigstens funktioniert ich bin jetzt ein zweiter oben das bringt mir noch nichts ich gehe mal jetzt da hinten rein dr yi chuchang free klinik ok ok whip haken wird uns auch das teil was haben wir denn da gegeben man jeden wagen brauchen wir nicht wenn wir noch weiter also ich mir gefällt es nicht jetzt ab jetzt hat's outlast stimmung alter was geht denn es geht denn medical expert 3 ich muss hier rein ach du scheiße wer ist es ist das ist das so ich kriege die verdammten big daddies einfach nicht auf diese kleinen gehören geprägt die beschützerhaltung baut sich einfach nicht auf vielleicht wenn ich dieses genetische das ist das heißt er die begärtigste versuch zu trainieren einzustellen dass sie dann in den lindes ist das gehen da er dann eine geschlagen hat hat es funktioniert hey guter mann da du bist jetzt frei die chance drogen sollten keinen einfluss mehr auf dich haben nimm die tauchkugel zum point prometheus es wird zeit dass diese angelegenheit ein ende findet wohl wenn man nicht rein so deswegen hallo okay bevor wir das tun ich weiß dass wir hier ziel und so weiter fünf etage bevor wir das tun muss ich noch mal zurück safe müssen wir noch mal zurück da wo die apartments auch von den anderen waren da habe ich ja oder habe ich da was nicht noch was übersehen oder warum bin ich jetzt gerade der meinung dass ich da was übersehen habe wo muss ich denn dafür ehrlich hin ich werde dir gehorchen ich tue was du sagst was hab ich tun das war knapp aber das ist nämlich auch sehr gut das ist perfekt aber bevor müssen wir dann hin nach rechts der will dass wir da hinten damit das jetzt tiefe erfinder das ist auch gut das mit slot haben wir schon mal gesehen bringen sie ihre gegner in rage sie lachen während die aufeinander losgehen und jetzt die frage also ich brauche was ist ich selber und das ist natürlich auch nicht schlecht nehme ich rein aber ich weiß aber nicht für was gut das hat sich erledigt und wir nehmen elektro volt das militär der könig ja genau alle sind hier komplett am eskalieren ich komme nicht mehr weg doch gut geht er jetzt hin wir wissen ob ich da alles hatte ich weiß dass ich bei schong ins appartement nicht reingekommen bin weil es einer einer tür ja hier vielleicht komme ich ja jetzt rein wenn wir nicht und das ist auch ok ich weiß nicht wohin aber als die deutschen in ihrem wahn sich dann in hitlers schwert stürzten um das tausendjährige reich zu erschaffen begannen die amerikaner von dem bolschewistischen gekommen da gibt es eine erneute ausgangssperre wird mir stinken wenn ich hier werde so jetzt nach rechts warum sender kommen stimmt wir sind wir hier in sender cohen sting hätten wir dafür leben lassen müssen kann man nämlich nicht vorstellen dass wir hier noch mal zurückkommen kann es mir nicht vorstellen hier gibt es bestimmt irgendwann den knopf für 100 prozent das geheim raum da ist eine waffen abgabe station 100 prozent aber wo bist du bist du du geheim knapp so für was kann ich hier hoch frage gibt es hier einen grund dafür ich glaube das nicht dass ich da nicht hängen kann das glaube ich ja ich sehe hier halt hier hinten sich nichts versuche ein bisschen licht zu machen ergeblichst tatsächlich da schaue ich jetzt nach da kenne ich jetzt überhaupt nichts so so Untertitelung des ZDF, 2020